Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das System recht gut, finden Sie nicht? Wirklich? Sehen Sie, da wo ich herkomme, nimmt man Geister nicht auf die leichte Schulter. Ich kann verstehen, dass die Sharps Sie faszinieren. Edith, das ist meine Schwester. Machen Sie weiter, aber mit Vorsicht. Es fühlt sich an, als gäbe es eine Verbindung zwischen Ihrem und meinem Herzen. Wie verwalten Sie nur dieses Anwesen? Es ist ein Privileg, in das man hineingeboren wird. Eines, das man nie aufgeben kann. Dürfte ich um einen Satz Hausschlüssel bitten? Das ist nicht nötig. Es gibt Bereiche des Hauses, die nicht sicher sind. Hüte dich vor Krimsenbieg. In diesen verrottenen Mauern, in der Dunkelheit, gibt es überall Geheimnisse. Thomas! Ist jemand in diesem Haus gestorben? Ist doch hier bei mir. Gib mir ein Zeichen. Ungewöhnliche Todesfälle. Gewaltsame Todesfälle. Ein Haus, das so alt ist wie dieses, wird mit der Zeit zu etwas Lebendigem. Es beginnt Dinge festzuhalten. Einige von ihnen sind gut, andere schlecht. Über manche sollte man niemals widersprechen. Was? Was willst du von mir? Was? ARD Text im Auftrag von Funk